Die Liebe. Fangen wir bei Adam und Eva und dem Buch Genesis an. Der Mythos des Falls verbindet zwei für die Liebe entscheidende Momente. Das Begehren nach Gottgleichheit drückt sich in dem Wunsch nach Allwissenheit aus. Eva wird verführt vom verbotenen Baum der Erkenntnis zu essen. Das Wissen, das sie durch den Übertritt erlangt, ist eines vom Unterschied der Geschlechter. Eva und Adam erkennen nämlich, dass sie nackt sind. Scham und Begehren sind diesem Erkennen des Geschlechtsunterschiedes gleich ursprünglich. Am Ursprung unseres Liebesverständnisses liegen zwei sehr verschiedene Vorstellungen von Liebe. Im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit erzählte die griechische Dichterin Sapfo, deren Gedichte nur fragmentarisch auf uns gekommen sind, von der zerstörerischen Gewalt der Liebe, die das Subjekt zur völligen Selbstverausgabung, zum extaktischen Selbstverlust und schließlich zum Selbstmord führt. Die Dichterin liebte eigentlich Mädchen und diese Liebe trägt bis heute ihre Narben. Wir sprechen nämlich von der lesbischen oder von der saffischen Liebe. Verzweifelt stürzt sie sich denn ab um eines bezaubernd schönen Jünglings, um Faons Willen, so weiß es die Sage, vom leukadischen Felsen in die tobende See. Dass es auch hier um Erkenntnis geht, mag man am Licht erkennen, das im Namen des Jünglings, Faon, und im Weiß, leukadisch, des Felsens, aufleuchtet. Diese unerfüllte, maßlose Liebe verzehrt. Sie ist eine einsame Erfahrung, die das Individuum aus der Gesellschaft ausgrenzt. Auch ist sie trotz höchster Selbsterfahrung im Schmerz und in der Angst vor dem lebensdrohenden Verlust des Geliebten eher wahnhaftes Verkennen als gesteigerte Erkenntnis. Der griechische Philosoph Platon entwickelte 150 Jahre später in seinem Gastmahl, dem Symposium, die erste abendländische Liebeslehre. Im Gegensatz zur zerstörerischen Liebe der Sapfo ist die von Platon entwickelte Liebesvorstellung produktiv. Eros führt dort zur Zeugung. Durch den Eros wächst das Subjekt über sich selbst hinaus, in der Zeugung wird es ewig. Nietzsche hat am Ende dieser Tradition den platonischen Eros im Sinn gehabt, als sie den auf der Insel im Silsersee in einen Findling eingravierten Satz schrieb, denn alle Lust will Ewigkeit. Menschliche Gemeinschaft bildet sich durch die Energie des Erotischen, die geradezu als staatsbildende Kraft eingeschätzt wird. Die höchste Form findet dieser na Ewigkeit strebende, zeugende Wille nicht in der Liebe zwischen Männern und Frauen, sondern in der Männer- oder der Knabenliebe. Sapfo singt in ihren Gedichten als Liebende. Hilflos hingerissen von Begehren gerät sie außer sich. Ihr verschlägt es beim Anblick des Geliebten, die Sprache, der Atem stockt, die Ohren summen, alles verschwimmt ihr vor Augen, sie wird flammend rot und im nächsten Moment totenbleich, ihr Herd schlägt rasend, kalter Schweiß bricht aus, ihr versagen die Sinne. Schon im Leben gibt die erotisch Betroffene ein Bild des Todes. Dieses Gedicht, das nur als Fragment überliefert ist, endet mit den Worten Alles muss ertragen werden, denn Ohne den Geliebten ist alles nichts. Das Subjekt erleidet den Selbstverlust, als sie die Begehrte im heiteren, scherzenden Gespräch mit einem Dritten sieht, der ihr durch dieses übermenschliche Glück der Zuwendung der Geliebten göttergleich scheint. Der Selbstverlust in äußernder Liebe ist als Moment der intensivsten Selbsterfahrung höchst sprachmächtig gefasst. Das von Leidenschaft erfasste Subjekt mag erglühen und gleichzeitig vor Kälte zittern, taub, gleich wie der Tod, blind, stumm werden. Der Dichterin verschlägt es darüber die Sprache nicht. Der Ausdruck des Verlustes ist meisterhaft in einer unmittelbar wirkenden, fast nüchternen Sprache beschrieben. Das Leidende selbst ganz außer sich macht sich in Selbstbeobachtung kühl zum Objekt der Selbstanalyse und gibt sich den anderen zum Schauspiel. Ein theatralischer Charakter ist selbst dieser extremen Liebeserfahrung, die bis zum Liebesverlust geht, daher nicht fremd. Für Rainer Maria Rilke wurde Sapfo zur Heiligen der Liebe, die den großen Liebenden unbedingte Hingabe vorbuchstabiert. Eloise und die portugiesische Nonne, zwei der großen weiblichen Stimmen erhabener Liebe in der Moderne, sieht Rilke als Nachfahren Sapfos. Sapfo, hingegeben an das Objekt ihres Begehrens, sich nach ihrem Ein und Alles verzehrend, wird für Rilke zum Inbegriff des Pathos. Dass diese ekstatische Liebe auf wahnhafter Verkennung oder, man kann es auch mit Freud sagen, auf eine Überschätzung des Liebesobjektes beruht, die nicht von Dauer ist, leuchtet bereits in den Gedichten der Sapfo auf, die nämlich von der Verrücktheit ihres Herzens spricht. In einem Zwiegespräch zwischen Sapfo und der Liebesgöttin scherzt Aphrodite, schon wieder, sagt die Göttin der Liebe, schon wieder rufst du nach mir. Wen soll ich jetzt davon überzeugen, dich zu lieben? Ohne wen glaubst du jetzt keine Sekunde, weiterleben zu können? Aphrodite insinuiert damit, dass die Leidenschaft flatterhaft, die existenzielle Bedrohung, die überwältigende Angst, aus der das Ich herausspricht, ein Zustand ist, der vorübergeht. Das Gedicht schließt so zwei Stimmen zusammen. Die leidenschaftliche in Ekstase und Schmerz Liebende, die aus der Agonie heraus fleht und Aphrodite, die das kühle Wissen von der Wandelbarkeit, ja, man kann sagen, von der Serialität der Leidenschaft hat. Die mütterliche Gegenwart der allmächtigen Liebesgöttin, die die, die sie anrufen, erhört, ist aber vielleicht auch nur Projektion der aus tiefster Angst und Verlassenheit rufenden Liebenden. Sie besänftigt und beruhigt. Das Verlust des Liebesobjektes bedrohte Ich. Sapfo hatte Erben. Das bedeutendste und auch politisch brisante Beispiel für die rasende, selbstzerstörende Leidenschaft ist die von Vergil, die im Umbruch von der Römischen Republik zum Imperium kurz vor Christi Geburt die wahnsinnige Liebe der unglückseligen Dido zu Ineas, dem Begründer des Römischen Reiches, schildert. In einer ausgesprochen schwierigen politischen Situation hat sie der Asche ihres Mannes die Treue gehalten. Doch dann kommt Ineas, der mit ein paar Waffengefährten das von den Griechen besiegte, brennende Troja verlassen hat, mit einer Flotte an ihr Ufer und Dido verspürt die Glut, die vergessene Glut der flammenden Liebe. Von den Göttern hat Ineas den Auftrag erhalten, ein neues Troja, Rom zu erbauen. Er gilt als Begründer des Römischen Reiches. Später werden Carthago, das wissen wir, und Rom zu tödlichen Feinden. Carthago? Rom wird Carthago in den Punischen Kriegen vernichten, schlagen und vollkommen zerstören. Diese kriegerische Zerstörung ist in der Schilderung der in mythischen Vorzeiten angesiedelten zerstörerischen Liebe der Dido, Königin Carthagos, durch Ineas, Begründer Roms von Fergil, vorweggenommen. Ineas also wird nach seinen Irrfachten an das nordafrikanische Ufer gespült. Weil seine Mutter Venus ihm eine gute Aufnahme sichern will, lässt sie Dido in Liebe zu Ineas entbrennen. Venus setzt die Liebe gleichgültig, als Kriegmittel, als Mittel der Zerstörung und Vernichtung ein. Und Juno, die Göttin der Ehe und Schützgöttin Carthagos, schützt Dido nicht etwa, sondern spielt Venus im Gegenteil töricht in die Hände. In einer grauenhaften Ironie der Geschichte ist es Juno, die Dido, und das heißt Carthago, zerstört. Denn der Ehebund begründet hier nicht, wie von Juno erhofft und in dieser Absicht befördert, den ewigen Frieden zwischen zwei Städten. Vielmehr besiegelt er die Zerstörung Didos. Aus dem trügerischen Ehebund wird der ewige Krieg zwischen den beiden Städten folgen, an dessen Ende der Untergang Carthago steht. Die Liebe wird von Vergil als Krankheit und Seuche beschrieben, die Leib und Seele zerstört und den Menschen zu einem Rasenden macht. Wie Gift rinnt sie durch Didos Adern und entzündet die Königin, als sie von den Schmerzen hört, von denen Ineas, der seine Heimatstadt verloren hat, erzählt. Dido ist wund von quälendem Sehnen, sie nährt mit Herzblut die Wunde, sie wird verzehrt von heimlichem Feuer und verbringt ihre Nächte schlaflos. Nicht gönnt den Liedern Ruhe das Sehnen. Die unter Regie der Götter herbeigeführte sinnliche Erfüllung der Liebe lässt das Feuer nur umso heller auflodern. Bis ins Mark schon brennen die Flammen. Unheilbar, das ist Vergils medizinische Diagnose. Die zerstörerische, ja tödliche, zuerst zum Wahnsinn und dann zum Selbstmordführende Liebe der Dido wird von Vergil zum einen fast medizinisch genau wie ein Wundbrand beschrieben. Zitat Neben die Metaphorik der Krankheit tritt die der Jagd. In ihrer ganzen unsäglichen Liebe ist Dido bei Vergil nie schuldig. Moralische Kriterien spielen keine Rolle. Man kann sogar sagen, es gibt keine moralischen Kriterien. Denn es ist der Liebesdämon, der das menschliche Herz in diesem furchtbaren Wahnsinn antreibt. Vergil schildert die sinnliche Liebeserfüllung übrigens wieder in das ganze Mittelalter nach ihm als eine eminent antigesellschaftliche Kraft. Zitat Die Wollust führt dazu, dass der Mensch sich der Gemeinschaft entzieht und sämtliche gesellschaftliche Aktivitäten zum Erliegen kommen. Keiner baut die Türme der Stadt Carthago weiter. Der Mann wird durch die Wollust verweibischt, ein Weichling. Abgesehen von der Dido-Episode gibt es dann auch in diesem römischen Gründungsmythos ganz heroisch keine weitere Spur mehr von Liebesleidenschaft. Eneas wird natürlich deswegen auch von den Göttern zur Raison gebracht, an seine Mission der Reichsgründung erinnert und aus dem Bett der Dido zu seiner Flotte abkommandiert, um sich auf den vorgezeichneten Weg nach Italien zu machen. Und als der Waschlappen der Eneas nach den Worten des berühmten Latinisten Reinhard Herzog ist, gehorcht er dem göttlichen Auftrag und verlässt Dido Schnöde, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Als all ihr Bitten und Flehen nichts nützt, stürzt sich Dido überwältigt von Schmerz, ganz der Verzweiflung verfallen und zum Tode entschlossen in das Schwert, das Eneas ihr geschenkt hat. Mit ihrem Blut verströmt sie Rache, zum ewigen Krieg gegen Kartago verflucht sie die Römer. Dem von Jupiter verheißenen grenzenlosen Reich setzt sie so die Grenze eines gegen dieses Reich erbitterten, es in lange und blutige Kriege verwickelnden Nachbarn. Der Gemeinplatz, auf dem die Geschichte von Dido und Ineas spielt, der Zusammenhang nämlich von Liebe und Krieg, ist ein allegorisch dicht besetztes Feld. Am offensichtlichsten ist dies in der Geschichte von Venus und Max. Das Motto der Flower Power Generation Make Love Not War mag sein vorläufig letztes Echo sein. Im günstigsten Fall befriedet Venus den Max, ist Max durch Venus zu befrieden, wird der Krieg durch die Liebe zu Ende gebracht oder metaphorisch auf ein anderes Terrain, das Bett nämlich verlagert. Der kleine Tod ist schließlich nicht der tatsächliche Tod. Liebe befriedet den Krieg, sie zeugt Leben und nicht Tod. Der trostlosen Dido, in deren Haus kein kleiner Ineas spielt, wird ein solches glücklich befriedetes, ja fruchtbares Ende nicht in Aussicht gestellt. Die selbstzerstörerische Liebe der Dido, Königin von Carthago zu Ineas, dem Begründer Roms, präfiguriert so die Zerstörung ihrer Stadt. Die verheerende Gewalt, die sie gegen andere richten will, richtet sich gegen sie selbst. Aber neben dieser Ironie lässt Vergil dieser unglückseligen Liebe ein Pathos, das Dido bis heute als einer der großen, tragisch Liebenden im Gedächtnis gehalten hat. Das Liebesleid der untröstlichen Dido, die zu einem durch keine Aufhebung wieder gut zu machenden Opfer der Geschichte wird, steckte noch Dante in den Knochen, der Dido sich in der göttlichen Komödie bleich und gegen jede versöhnliche Geste verschlossen von Vergil abwenden lässt und sie verfolgt uns bis heute. Platon sei die Liebe aufbauender. Der Mensch ist ihm ein Mängelwesen, das nur ursprünglicher Vollkommenheit strebt. Zeus nämlich hätte die zwei geschlechtlichen Kugelmenschen, die sich in ihrer Vollkommenheit zuletzt so stark fühlten, dass sie vermessen den Götterhimmel erstürben wollten, in eine männliche und eine weibliche Hälfte entzweigeschnitten. Von diesem Zeitpunkt an suchen die Menschen sehnsuchtskrank diese verlorene Ganzheit. Der Eros ist das Begehren, das aus diesem Mangel nach ursprünglicher Vollkommenheit erwächst. Der Eros, so erläutert die Ultima im Gastmahl, will das, was den Menschen nicht gegebene göttliche Eigenschaft ist, nämlich die Unsterblichkeit. Er zielt damit auf Zeugen, Fortzeugen, Verewigen. In diesem Begehren ist er unterschiedlich erfolgreich. Das Zeugen von Kindern ist für die, die im Körper, nicht aber in der Seele reif sind, eine Möglichkeit, sich der Unsterblichkeit zu nähern. Es schafft Kontinuität der Familien, in den Eltern erkennen sich die Kinder wieder und leben in ihnen fort. Aber elas, alle Menschen sind sterblich und so bleibt dieses Zeugen dem Tode unterworfen. Das höchste, weil Unsterblichkeit verheißende Zeugen ist nicht das Zeugen im Fleische zwischen Mann und Frau, sondern das Zeugen im Geiste zwischen Männern. Kunstwerke, Rechtssysteme, Philosophie, Staatskunst, diese geistigen Erzeugnisse des Eros sind dem Tod nicht unterworfen. Gezeugt im Reich der Ideen sind sie für die Ewigkeit Monumente, denen der Lauf der Zeit nichts anhaben kann. Platons Liebeslehre ist eine Erkenntnislehre für Eingeweihte. Zitat, der Eros, der sich an der Schönheit eines Körpers entzündet, führt den Liebenden in einem aufsteigenden Weg zur Schönheit aller Körper, zur Schönheit der Erkenntnis der Seelen und schließlich zur Erkenntnis des Urschönen. Denn dies heißt richtig zum erotischen Gehen und geführt werden, dass man von diesen schönen Dingen beginnend jenes schönen Wegen immer hinaufsteige, gleichsam auf Stufen steigend, von einem zu zweien und von zweien zu allen schönen Leibern und von den schönen Leibern zur schönen Lebensführung und von der schönen Lebensführung zu den schönen Erkenntnissen, bis man von den Erkenntnissen endlich zu jener Erkenntnis gelangt, welche die Erkenntnis von nichts anderem als jenem Schönen selbst ist und man am Ende jenes Selbst, welches schön ist, erkennt. Der erotische Weg, den Platon beschreibt, ist ein Weg der Verallgemeinerung, vom einen Körper zu den vielen, ein Weg der ästhetischen Ethisierung zur schönen Lebensführung und ein Weg der Sublimierung von der Schönheit zur Leiber, zu der der Seelen und schließlich zu der des Urschönen. Die, die lieben, verlieren sich nicht im Wahn, nach Platon jedenfalls, sondern finden die Wahrheit. Das Christentum ist in vieler Hinsicht bei allen zutage liegenden Unterschieden, am offensichtlichsten die Homosexualität, eine Variation dieser platonischen Liebes- und Erkenntnislehre. Der offensichtlichste Unterschied ist eine andere Gewichtung des Geschlechtlichen und der Geschlechter. Nicht die Männer, die Knaben lieben, sondern die Frauen, die Gott lieben, sind die zu liebenden Erkenntnisbefähigsten. So Maria, die Gottesmutter des Menschensohns, die vollkommen begreifend liebend empfängt und ein Leben gebiert, das in seinem Liebesopfer den Tod von Leib und Seele überwindet. Das Geschlechtliche kann im christlichen Kontext, wie es bei Platon scheint, nicht Praxis bleiben. Als Inbegriff des alten Menschen muss die geschlechtliche Liebe leidend überwunden und in keusch brennende Gottesliebe verwandelt werden. Zu einem Kampf zwischen Eigenliebe und Leidenschaft kommt es, wie schon bei Platon, aber anders als bei Sappho nicht. Scheint bei Plato die Eigenliebe aufgehoben im Schaffen unsterblicher Werke, so wird sie im Christentum in der leidenschaftlichen Gottesliebe, in der das alte Ich um eines wahreren Seins in Christo willen verglüht, überwunden. Die Passion, die für die wahre Gotteserkenntnis und Liebe notwendig ist, fällt im christlichen Kontext leidender aus. Die Liebesleidenschaft wird auf dem Leiden Christi modelliert. Im neoplatonischen Kontext etwa stellt Michelangelo sich auf dem Höhepunkt der Renaissance in seinen Sonetten als jemand dar, der durch die Liebesberührung, wie Christus, durch die Wundmale geprägt wird. Wie Christus, so kann auch er danach durch die Liebe heilen. Die Selbstaufgabe und die Verwandlung des Ichs geschieht durch das Medium des Geliebten. Oder die Liebespassion wird fast blasphemisch implizit mit Christi leidend parallelisiert. Francesco Petrarca traf seine große Liebe Laura am Karfreitag in der Kirche. Alle sind in die Leiden der Passion vertieft. Während die Gemeinde den Kreuzestod nachvollzieht, wird Petrarca ungeschützt von den Pfeilen Amors hinterhältig getroffen. Von nun an verbringt der Gefesselte und Durchbohrte sein Leben seufzend und leidend eitle Flüssigkeit absondernd. Grund dieses Leidens ist jedoch nicht die Gottesliebe, sondern eine ganz und gar irdische Liebe, die Petrarca selbst als eitel, wahnhaft und verblendet bezeichnet.